SB 48 nach Köln Hauptbahnhof über Dolingens Hauptbahnhof, Abfahrt 12.21 Uhr, wird entfallen. Wir bitten um Entschuldigung. Halt den Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Meine Damen und Herren am Gleis 3, bitte beachten Sie, RE4 nach Dortmund Hauptbahnhof, Abfahrt 12.02 Uhr, wird wegen technischer Störung an einem Wagen voraussichtlich 25 Minuten später eintreffen. Wir bitten um Entschuldigung. Obertal Hauptbahnhof, Ihre nächsten Reisemöglichkeiten, RE4 nach Dortmund Hauptbahnhof, Abfahrt 12.02 Uhr, von Gleis 3. Dieser Zug wird voraussichtlich 25 Minuten später eintreffen. S9 nach Bottrop Hauptbahnhof über Essen Hauptbahnhof, Abfahrt 12.23 Uhr, von Gleis 4. Dieser Zug wird voraussichtlich 5 Minuten später eintreffen. RE13 nach Venlo über Düsseldorf Hauptbahnhof, Abfahrt 12.27 Uhr, von Gleis 3. Meine Damen und Herren am Gleis 3, bitte beachten Sie, RE4 nach Venlo über Düsseldorf Hauptbahnhof, Abfahrt 12.21 Uhr, wird entfallen. Wir bitten um Entschuldigung. Wir bitten um Entschuldigung zu Den Wowwerus oder uns geshlten, also mit Gleis 2 zu Downtown und umnummer einmal bei mir danach ist es auch shows, dass wir uns gut aufs flexibilen ketten. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Hagen Hauptbahnhof 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 Rundfunk Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.